Wir stellen diese Werbefläche seit dem Jahr 2000 zur Verfügung. Das hat eine symbolische Bedeutung. Wir haben verschiedenste Museen, auch Großanlässe in Basel, wie die Art zum Beispiel dargestellt hat, die Tutankhamun-Ausstellung. Heute freuen wir uns, dass wir etwas trinational Verbindendes zeigen können für die nächsten sechs bis zwölf Monate. Das ist eben Freiburg als Stadt, das Hauptstadt des Schwarzwalds und auch symbolisch mit dem Münster. Der Euro-Airport ist der Leuchtturm für den Oberrhein. Wir müssen symbolisieren, dass wir die Zusammengehörigkeit, die geografische Nähe von Straßburg, Kolmar, Mühlhausen, Baden-Baden, Freiburg und Basel dokumentieren. Wir müssen sagen, dass Menschen wissen, dass es eine Region, die genauso groß ist wie die Toskana, die übrigens genauso viele Übernachtungen hat, 17 Millionen wie die Toskana, nur keiner weiß, wie sie heilig heißt und wo sie ist. Südbaden startet durch. Ich glaube, dieser Satz repräsentiert und drückt aus das, was wir empfinden. Der Euro-Airport ist für Baden, vor allem für Südbaden, für meinen Regierungsbezirk, das Tor zu Europa und mit Zwischenlandung und Zwischenstopp auch zur Welt.